Die Menschen, die mich begleitet haben, sind für mich Erfolgsfaktoren. Ohne diesen Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich kann als einzelne Person sehr stark sein, ganz viel erreichen. Aber allein schon aus der Steinzeit und Evolution, evolutionär bedingt, wissen wir, die Menschen sind Herdentiere, wir sind Rudeltiere und wir können alleine sehr gut überleben, in der heutigen Zeit noch besser wie in der Steinzeit. Aber gemeinsam mit den richtigen Menschen in Verbindungen, Beziehungen, in Zusammenarbeiten, sind wir Menschen zu dem vermeintlich Unmöglichen in der Lage. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Solo-Podcast-Folge. Und heute gibt es einen Wettkampf-Recap und einen Ausblick für die Zukunft. Denn es ist heute ein richtig guter Zeitpunkt, um einfach mal kurz innezuhalten und die letzten drei bis vier Wochen zu rekapitulieren. Und damit schön, dass du mit dabei bist zu dieser neuen Therapiestunde mit Johanni. Nachdem ich in der letzten Solo-Podcast-Folge von meinem Auftakt der Saison 2024 in Mailand berichtet habe, darf ich jetzt heute gemeinsam mit euch den restlichen Verlauf der Saison einmal durchgehen. Denn so schnell geht die Saison vorbei. Es ist verrückt, denn ehrlich gesagt fühlt es sich so an, als hätte sie erst angefangen. Und zum heutigen Tag kann ich dir sagen, wir befinden uns am Donnerstag, bedeutet vier Tage nach meiner letzten Show. Und gefühlt ist so ein Fuß von mir noch auf der Bühne. Eine Gesichtshälfte noch in so einem Barbie-Look. Und der andere Fuß ist schon so im Aufbaumodus, in der neuen Ära. Und so völlig geprimed auf neues Kapitel. Oh mein Gott, wie aufregend. Let's go. Ich probiere diese zwei verschiedenen Beine, Gehirnhälften und Teile in mir. Jetzt bestmöglich einmal für die heutige Folge zusammenzubringen und dich abzuholen. Und entsprechend jetzt einfach nochmal, auch für mich gedanklich, therapiestundentechnisch, ja, alles mal durchzugehen, was nach Mailand passiert ist. Mailand, hast du vielleicht die Folge noch nicht gehört, dann hörst du die unbedingt an, war das Flex-Weekend. Super schöner Saisonauftakt. Und es ging direkt mit einer Woche Pause in die nächste Peak Week. Also es lagen dann zwei Wochen dazwischen. Diesmal war das Ganze mit einer Reise verbunden, denn wir waren im schönen Portugal. Zum dritten Mal. Ich war dort 2021 zu meinem Profidebüt. Deswegen war Portugal sowieso für mich was ganz Besonderes, weil ich damals das allererste Mal zwischen den Weltklasse-besten Athletinnen in diesem Sportbereich und Profibereich stehen durfte. 2022 war ich dann ebenfalls dort. Damals anders. Ich hatte meine zwei Kumpels, meine zwei Krücken dabei. Und es war der Wettkampf, wo ich eine Woche vorher mir meine heftigste Verletzung zugezogen habe. Dementsprechend auch sehr besonders, wieder in Portugal zurück gewesen zu sein. Und dieses Mal, alle guten Dinge sind drei, war ich also mit meinem neuen Level an Johanna und Johanni-Version, Best-Version-I-Can-Be zurück. Und ja, die Anreise nach Portugal, da hole ich dich jetzt mal kurz ab, war schon am Dienstag. Der Wettkampf war am Sonntag. Das war mir richtig wichtig, weil ich es am allerliebsten habe, mich dann auch schon an dem Ort, wo der Wettkampf ist, so ein bisschen davor, hier jetzt mal einzugrooven, einzufinden, anzukommen und dass es eben nicht so stressig ist. Zumal ich auch einfach immer wieder feststelle, Fliegen ist für den Körper immer Stress. Reisen generell, Stress. Und natürlich können wir auch da unseren Körper immer besser dran gewöhnen und uns. Und irgendwann ist es auch gar nicht mehr irgendwie gefühlt stressig. Aber es ist natürlich schon so, dass sich das dann etwas auswirkt. Und mir ist immer am liebsten, dann einfach da noch ein paar ruhigere, routiniertere Ablauftage vor der Show zu haben. Und ich hatte auch für mich ganz genau gewusst, dass Portugal eben ein ganz besonderes Land ist, einen besonderen Vibe. Ich habe dort immer, jedes Mal mich so krass in innerer Ruhe gefühlt, konnte irgendwie dort dieses Land, diesen Vibe für mich sehr gut einsetzen, eben um mich persönlich in innere Ruhe, innere Mitte zu mir zu bringen. Und das habe ich nicht so an so vielen Orten auf der Welt bisher gehabt. Und Portugal war da sehr einzigartig, kann ich dir auch echt empfehlen. Super schön, ich liebe die Natur dort, die Menschen, das Klima. Also es war echt für mich dann auch wichtig, da ein paar Tage vorher zu sein, wenn es irgendwie möglich ist. Die Anreise und auch die Ankunft in Portugal war wirklich entspannt. Auch wenn ich gerade gesagt habe, sowas ist immer mit Stress verbunden. Ja, wenn man den Stress auch nicht bewusst wahrnimmt, natürlich unterbewusster Körper. Für den ist das schon einfach anders, da ein paar Stunden im Flugzeug zu sein und so weiter. Und viele Körper, auch meiner, reagieren ja normal sehr mit Wassereinlagerungen. Ich sage normal, weil das dieses Jahr gar nicht mehr so stark der Fall war und ich diese Wasserthematik, da muss ich aber eine extra Folge zu machen. Das habe ich bestimmt schon ein paar Mal erwähnt. Und sehr gut seit wenigen Monaten, sehr gut im Griff habe. Viel besser wie je zuvor. Also, der Flug war wirklich dann entspannt, so wie entspannt halt ein Flug sein kann. Wir sind auch erst nachmittags geflogen. Das fand ich sehr cool. Man musste jetzt nicht seinen Schlaf, seine Nachtruhe sozusagen hernehmen. Denn das passiert ja auch oft, wenn man irgendwann sehr früh am Flughafen sein muss oder sehr spät dann ankommt. Es war dann schon sehr spät, wo wir angekommen waren, aber konnten am nächsten Tag auch nutzen, eine Stunde länger zu schlafen. Zeitumstellung war eine Stunde. Hat alles wunderbar geklappt. In Portugal selbst war die Zeit vor dem Wettkampf für mich. Wie beschreibe ich es euch am besten? Es war traumhaft schön. Ich hatte auch genau das, was ich damals, davor die Jahre schon wahrgenommen habe. Dieser Vibe in Portugal. Einfach besondere Energien, besondere Sachen, die für mich aufeinandertreffen und mich total entspannen, zu mir bringen und mich auch in meiner Größe und Kraft sein lassen. Das hatte ich dort total. Und es war alles andere als stressig. Es war eine wirklich schöne Peak Week. Es war entspannt. Wir hatten ein natürlich auch zudem sehr schönes Apartment. Mir ist es grundsätzlich nicht wichtig, ob das jetzt kosmetisch immer das Schönste ist und ob die Küche richtig nice ist. Ob das jetzt irgendein Influencer, Creator, Vorzeige, Küchenmodell oder Airbnbs. Mir ist ehrlich gesagt immer recht egal. Ich bin da sehr praktikabel. Es braucht halt das, was ich brauche. Ich habe auch eine Küche, ein gutes Bett und ein Bad. Aber wie das aussieht, ist mir eigentlich echt immer egal. Da bin ich die sehr minimalistische Person, die sehr auf das praktisch orientierte AM aus ist. Aber dieses Apartment hatte halt diesen Charme. Es war halt auch zudem irgendwie voll schön. Und na klar kann ich nicht leugnen. Das hat sich dann auch irgendwie, war echt schön da drin. Und wir haben uns richtig wohl gefühlt. Ich habe dann so Lukas gesagt, so nach dem zweiten Tag so, also mal ganz ehrlich, in dieser Wohnung hier, in dem Apartment irgendwie, natürlich spielt alles mit ein. Das Umfeld, der Ort, die Vibes. Aber da könnte ich mich auch echt länger aufhalten. Da könnte ich mich echt richtig langfristig wohlfühlen. Und das habe ich mir auch gleich für mich vermerkt, immer mal wieder, vielleicht sogar für längeren Zeitraum, nach Portugal zurückzukommen. Für dich zur Info, der Ort hieß Qashqai Estoril. Kann ich dir empfehlen, auch dir das mal anzuschauen. Mega. Ja, dann war natürlich auch noch die Zeit davor sehr geil, weil wir hatten ein paar coole Supermärkte ums Eck gleich auch mit Auto da fußläufig zu erreichen. Das Meer war zwei Minuten von uns entfernt. Meine Spaziergänge, die Verbindung mit der Natur, mit der Weite, mit der Ferne, mit der Freiheit. Alles Punkte, die bei mir eben den Einfluss spielen, mir wichtig sind, war gegeben. Und auch ein richtig, richtig schönes Fitnessstudio. Mr. Big Evolution Gym. Das ist sehr toll dort, denn die sind super Bodybuilding-athletenfreundlich. Alle, die bei dem Event teilgenommen haben und als Athleten angemeldet waren, auch Amateurathleten, waren dort herzlich eingeladen, um sonst zu trainieren. Das finde ich ein richtiges Special. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich fand das, habe das sehr wertgeschätzt. Und dieses Mr. Big Evolution ist halt wirklich ein, also ich finde einen Traumspielplatz für alle Kraftsportliebhaber, Bodybuilder-Liebhaber, mega geil und die haben sich in den letzten drei Jahren so krass weiterentwickelt und da einfach, ey, ich sage es euch so, ein Traumland. Ihr müsst da einfach hin, trainiert da mal und nehmt diesen Vibe auf. Ich, da drinnen im Gym, ich habe mich so gefühlt, ich habe zu Lukas einmal gesagt, hey, hier fühle ich mich gar nicht wie die, die anders ist. Ich fühle mich einfach normal. Ich fühle mich so wie alle, die hier sind, weil alle so fokussiert, konzentriert, so leidenschaftlich, so mit Spaß und Freude, ja, ihre Trainings und ihre Bodybuilder-Athletinnen-Kraftsport-Rollen erfüllt haben. Und das hast du automatisch so wahrgenommen. Also ich sogar schon so intuitiv, tu machst du so einen Schritt rein und dann spürst du irgendwie so, okay, alle sind hier angefeuert und arbeiten für sich an ihrer besten Version. Und irgendwie, es war einfach traumhaft so. Und dieser Vibe hat sich durch das komplette Portugal-Erlebnis gezogen. Deshalb, ja, kann ich halt nochmal sagen, dass die Tage davor einfach traumhaft schön waren. Und wenn ich das so sage, traumhaft schön, manche denken sich so, hey, du warst doch im Peak Week. Du wartest doch voll wenig zu essen und vielleicht auch super viel trinken und das ist doch voll anstrengend. Also Leute, ich fand es so schön und ich fand es so wie so eine krasse Erholungsinsel. Und ich habe ganz normal gearbeitet. All meine Arbeiten liefen weiter und das soll ich mal sagen, mit so einer krassen Leichtigkeit. Und ich finde, wenn wir das spüren, auch an Orten, wo wir sind, in Umfeldern, wo wir sind, dass alles, was wir tun, auch wenn es weiterhin das gleiche Pensum ist, ja, vielleicht sogar noch mehr Anstrengungen erfordert, körperlich, mental, dass es sogar noch leichter von der Hand fällt, dann sind wir in einem sehr guten Umfeld. Also das kann man sich mal, finde ich, so auch als wichtige Message und Botschaft mitnehmen. Ich habe das für mich eben auch vermerkt, dass es dort der Fall war des Öfteren und ich ganz viele Momente hatte, wo ich wirklich mir gedacht habe, oh Mann, ich würde so gerne jetzt die Zeit stoppen, ich will gar nicht, dass die Uhr sich weiterdreht. Lass einfach jetzt die Zeit stoppen. Auch übrigens ein Indiz dafür, dass du merkst, du bist gerade richtig krass vorangekommen, wo du deine Kraft und Größe ausleben kannst in jeder Hinsicht und wo du vielleicht auch mal des Öfteren sein kannst und zu richtig hochgradigen Leistungen imstande bist. Lasst uns zur Show kommen. Die Show war eben so besonders, weil ich 2021 mein Pro-Debüt dort gegeben habe, auf dieser Riesenbühne in Est... Also, wow, komme ich gleich dazu, in dem Casino. Und das war so besonders damals, dann eben 2022 mit meinen Krücken dort gewesen, weil ich wusste ja eh noch nicht damals, was meine Verletzung überhaupt bedeutet, ob ich jetzt operiert werden muss oder nicht. Also, Flüge waren ja gebucht, weil das ja eine Woche vor der Show passiert, wusste ich, das ist für mich Therapie, wir fliegen da hin. Ich bin mit den Leuten, ich supporte das deutsche Dachregion, englisch-deutsch sprechende Bodybuilding-Universum vor Ort und bin einfach dabei mit meiner Athletin damals auch und genieße die Zeit und vielleicht trägt es bei zu meiner Heilung. Und ich glaube, das war auch der Fall damals. Und deswegen ist Portugal und die Show für mich dort sehr, sehr, sehr besonders. Das bedeutet mir einfach viel. Ich kann dir auf jeden Fall an der Stelle noch sagen, wenn du mehr zu Portugal und der Show sehen willst, denn die Show ist wirklich special. Auch die Show an sich, die Profi-Show, da sind so Drehteller, wo du draufstehst als Athletin und ja, crazy gemacht einfach. Wirklich wie eine Freak-Show, aber in positiver Art und Weise. Und die überlegen sich richtig was. Also, die legen sich richtig ins Zeug, die Veranstalter. Und das war so schön und so special, da wieder dabei zu sein. Also, wenn du da mehr davon sehen willst, gucke dir unbedingt unser YouTube-Video an. Wir haben drei oder vier Vlogs aus Portugal gemacht. Eben auch zu der Show. Und das kann ich dir echt empfehlen. Guck da rein und ja, da haben wir ausführlich zum Wettkampf berichtet. Die Form in Portugal, meine persönliche Bühnenform in Portugal, war meine Bestform der Saison. Ich habe meine Form von Mailand nochmal toppen können. Ich habe gesehen, dass ich die beste Konditionierung, die freigelegteste Muskulatur und zugleich aber das beste Volumen in der Muskulatur auf die Bühne bringen konnte. Ich hatte, das war der einzige Look, der kein Barbie-Look war, diesen blauen Bikini an, der für mich auch eine bedeutsame emotionale Verbindung hat, weil es ist mein Comeback-Bikini von 2023, nachdem ich es wieder geschafft habe, hochzukrappeln, auf die Bühne, nach meinem Rückfall und gewissen Verletzungstief. Und dieser Bikini hat mir da so gut gefallen, weil ich wusste, der Hintergrund wird rot sein. Und ein roter Hintergrund und ein pinker Bikini hat mir irgendwie in meinem visuellen Auge, in der Vorstellung nicht gefallen. Irgendwie hat sich das für mich so gestochen. Und der Kontrast, fand ich, war auch nicht so in meinem inneren Auge da. Ja, also für alle Athletinnen und Athleten, ich finde, das spielt schon eine Rolle, wenn der Hintergrund knallrot ist, wenn der Hintergrund knallgrün ist, blau ist, sich zu überlegen, welche Farbe vom Bikini ist irgendwie für mich dann da stimmig. Mag sein, dass es auch keinen Einfluss hat bei der Bewertung. Ich für meinen Teil will halt, dass es auch mir selber erstmal gefällt, dass es für mich selbst die in Gesamtheit der beste Look ist, den ich bringen kann. Ja, und da spielt das halt, finde ich, auch mit rein. Kurze Überlegung an der Stelle war tatsächlich, dass ich mir eine Perücke aufziehe, ich bin noch gar nirgendwo mit Leuten geteilt tatsächlich, außer mit meinen Make-up-Leuten und allen, die da in dem Raum waren, dass ich mir eine dunkle Perücke aufziehe, weil mir das Blau auch mal gut gefallen hätte, mit rotem Hintergrund, mit dunklen Haaren an mir. Und ich wollte dieses Experiment gerne mal wagen, eine komplett andere Rolle da oben zu spielen, ein anderes Erscheinungsbild sozusagen. Und weggehen von meinen naturellen, eher helleren Haaren. Und dann hatte ich auch die Perücke bei meinen Stylistinnen dabei und ich habe die auch aufgezogen. Das waren zwei verschiedene dunkle. Aber ich muss da vielleicht mal ein Bild mit euch teilen. Auf Social Media, auf Instagram, guckt vorbei, ich teile das mit euch. Das ist nämlich echt lustig, kommt mir gerade. Und ich habe die Perücke aufgezogen und irgendwie war das total spooky, weil ich war nicht sicher, ob... Also es war so überhaupt nicht ich natürlich. Irgendwie war es trotzdem spannend. An kurzen Punkt hatte ich so im Kopf, so okay, irgendwie sieht es... Ich weiß nicht, ob es eine Mischung ist zwischen... Es passt gar nicht, sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Transe. Auf der anderen Seite, hm, hm, vielleicht hat es ja irgendwie sogar was. Ende vom Lied war. Hier oben hat mein Blond ein bisschen durchgesehen. Plus, also ich konnte die Blonden nicht ganz verstecken. Plus irgendwie, Leute, ich habe es dann einfach nicht so krass gefühlt und mir war das alles zu spooky und zu crazy anders. Und dann bin ich bei meinem Blond geblieben. Blauer Bikini. Lange Rede. Ich habe meine Bestform auf die Bühne gebracht. Ich denke, das lag wirklich an dem gesamten Drumherum, was ich auch schon einleitend berichtet habe. Dieser Vibe, wie ich in meiner Kraft und Größe war, wie ich in meiner Energie war, in meiner inneren Ruhe war, spielt einfach eine Riesenrolle. Und das kann man natürlich auch an jedem Ort der Welt schaffen, zu steuern. Das ist alles mental, keine Frage. Ich arbeite da ja auch super viel dran. Mir hat halt einfach das generelle Umfeld dort und der Ablauf und alles, wie es war, total geholfen, diesen Ruhepol in mir zu haben, den inneren Aufpräger, die innere Anspannung vor so einer großen Show auch irgendwie gut zu handeln und einfach total befreit und voller Leichtigkeit zu strahlen auf der Bühne. Natürlich hat das viel bei der Ausstrahlung gemacht, aber jetzt kommt, das macht ja auch viel im Vorfeld, wie deine Form ist und wie sie sich entwickelt. Die hat sich Tag für Tag besser geworden. Wir haben lange nicht so arg entwässert. Wir haben, was haben wir denn noch anders? Wir haben, wir mussten, glaube ich, gar nicht so arg auftrinken. Irgendwas war noch, Stefan meinte, nee, da machen wir gar nicht so viel, dann kommt danach nicht so viel Wasser rein. Und genauso war das auch, also es war alles mit so einer Leichtigkeit und so einem Flow verbunden. Ich glaube eben, dass es daran liegt, dass halt das Gesamtheit, das Umfeldablauf, super entspannt, super stressfrei, spielt einfach eine große Rolle an der Stelle. Ganz wichtig. Und wie halt auch wir uns innerlich eben in unserer inneren Ruhe und Kraft und Größe halten können. Zum Zeitpunkt nach dem Wettkampf war mir das noch gar nicht so wirklich bewusst, dass ich da wirklich meine Bestform bringen konnte, weil du siehst dich kurz davor im Spiegel, kann aber an der gleichen Stelle sagen, irgendwie ist schon die eigene Selbstwahrnehmung, wenn du dich im Spiegel siehst, du kannst das nicht, du siehst dich ja auch nicht auf der Bühne in dem Moment. Die Judges sind nicht auf der Bühne und Zugucksschauer und wer auch immer, dein Coach, aber nicht du dich selbst. Und dementsprechend war ich mir nicht ganz sicher unmittelbar nach der Show. Und ich war mir auch nicht bewusst, dass es wirklich meine absolute krasseste Bestform war, die ich jemals auf eine Bühne gebracht habe. Das habe ich dann erst, wo ich die Bilder vom Veranstalter, also auf der NPC-Seite, habe ich die Bilder dann gefunden und habe ich die so angeguckt, denk mir, wow, krass, okay, spannend, ey, du hast echt deine Form von Italien getoppt. So, ja, ich hatte das schon gefühlt, aber so ganz bewusst war es mir nicht, ich war mir nicht sicher. Ja, geil auf jeden Fall gewesen und gleichzeitig war die Show am Sonntag und die Reise nach Deutschland zurück. Wir sind nämlich nach Deutschland zurückgeflogen, weil der nächste Wettkampf in Amsterdam war und wir gesagt haben, dann fahren wir mit dem Auto, welches in Deutschland ist, von Deutschland nach Amsterdam. also, weil sonst hätten wir auch gleich von Portugal nach Amsterdam fliegen können, sind wir zurückgeflogen nach Deutschland am Dienstag und ich war direkt wieder in der Peak Week. Ich war schon quasi am Sonntag, wo die Show in Portugal war, war ich schon in der Peak Week für Amsterdam, hat mich dann ehrlich gesagt, mal ganz kurz am Abend auch ein bisschen in so eine anspannende Situation gebracht. weil ich mir dachte, ui, jetzt sind es nur sechs Tage und ich kenne ja mich, ich kenne meinen Körper und mit dem Wasser und da wusste ich noch nicht, wie viel Wasser kommt zurück von der Peak Week, wie schnell kann der Körper das regulieren und so weiter. Ja, war aber so, also gleich wieder aufgedrungen, was das Zeug hält und der Körper hat das Wasser schon gut regulieren geschafft, aber hat schon ein paar Tage länger gedauert tatsächlich. Der Flug, dadurch war gar nicht so viel Wasser drin, ich glaube eher, dass es so ein bisschen die gewisse Anspannung war, die ich selber mir gemacht habe. Also es ist einfach alles hier oben ein Einstellungsthema, wie wir mindset-technisch auch da besser werden, an uns arbeiten können. Wie ich es dann nicht so ganz geschafft habe, mich dann auf deutschem Boden irgendwie in diese krasse Leichtigkeit und Befreitheit und innere Ruhe zu bringen, wie ich bei Portugal den Vibe eben hatte. Also es war wirklich krass, weil ich habe gemerkt, innerlich war ich ein bisschen gestresst so, wo ich wieder auf deutschem Boden zurück war. Ja, die Peak Week war aber auch schon angelaufen. Und ich wusste, ich befinde mich eigentlich nur eineinhalb Tage in Deutschland. Und dann geht es nämlich direkt los, Trip nach Amsterdam, mit Anreise am Freitag, Abholung unseres Videografen, Kameramann, Katas, ein ganz toller Team-Member von meinem Team auch, Joy by Johanny, der Tim, den holen wir ab, denn wir haben ja für euch eine wieder mal sehr geile Doku in ganz hochwertiger Art und Weise gedreht. Und ja, wir holen den Tim ab in Köln, also quasi frühslos von Amsterdam mit dem Auto, Köln, anhaltend Tim abholen, weiterfahren, nach Amsterdam direkt zum Pro-Meeting, Startnummer abholen und am nächsten Tag, nämlich schon Samstag, geht's auf die Bühne. Dazu an der Stelle, schaut bitte in YouTube rein, geiler YouTube-Bericht, guckt ihn euch unbedingt an, gebt uns Feedback, wie ihr euch taugt, der folgt, okay? Also YouTube-Doku, Details zum Wettkampf Amsterdam, seht ihr in der Doku. Deswegen gehe ich da auch jetzt nicht näher drauf ein. Eins kann ich sagen, ich habe es nicht geschafft, mich wie in Portugal so in meiner inneren Leichtigkeit, Ruhe, Kraft und Größe zu bringen, aber mehr dazu in unserer YouTube-Doku. Sonst erzähle ich es nämlich zweimal oder du musst es dir zweimal anhören. Nach dem Wettkampf, der Wettkampf war Samstag schon um 13 Uhr, komplett andere Zeit, wie ich dann gewohnt war, sonst war die Show ja sonntags und eher gegen Abend. Das ist für den Körper natürlich sehr anders, vor allem für den Körpertypen wie meinen, der halt schon sehr sensibel auf Veränderungen reagiert. So muss man ja jeden Körper mal kennenlernen. Manche sind total widerstandsfähig, auch körperlicher von der Ebene und das macht denen gar nichts. Mittlerweile ist ja mein Körper auch widerstandsfähiger, was die Wasserthematik zum Beispiel angeht, wie schnell ich durch Fliegen oder lange Autoreisen Wasser ziehe. aber er ist halt trotzdem schon noch bei Veränderungen sehr sensibel. Merkt man dann auch oft bei der Verdauung, man kann nicht so schnell aufs Klo oder so. Nun ja, nach dem Wettkampf ging es zurück nach Köln. Also direkt an dem Wettkampftag sind wir zurück nach Köln gefahren. Aber wir haben, ich habe mit meinem Coach gesprochen, zwei Trainings gemacht und es war so schön, weil ich wusste, ich werde jetzt nicht danach der Körper so viel leisten müssen. Danach, das ist wie wenn du als Profiboxer deinen Kampf hattest und am nächsten Tag steigst du in den Ring und kämpfst weiter so. Ich würde niemals ein Profiboxer tun. Wir Bodybuilder meinen manchmal, wir müssen das tun. Total bekloppt und da dürfen wir uns einfach alle mal wieder hier an die Nase fassen. Und uns beruhigen und unser inneres Rennpferd, weil wir ja vermutlich einfach Bock haben, auch nach so einem Wettkampf dann zu trainieren. Vielleicht auch motiviert sind, weil wir ja unser Fazit gezogen haben und eben wie bei mir zum Beispiel eine neue Phase kommt. Ja, ich war auch super angetrieben und motiviert, also musste ich mich da innerlich stark disziplinieren, nicht es zu übertreiben, sondern lediglich ein Spaßtraining zu machen, wo wirklich die oberste Priorität ist, einfach ohne Druck, ohne gestrickten Plan zu trainieren nach Lust und Laune und eben den Körper aber nicht zu überfordern. Einfach Spaß haben im Gym. Okay, so. Haben wir Beine trainiert am nächsten Tag in einem richtig geilen Gym in Köln. zweimal waren wir dort und zwar Kraftstation in Köln. Leute, wenn ihr da noch nicht wart, geht rein. Auch das mega tolles Krafttraining, Bodybuilding-Gym, der Wipe, die Leute, auch da, da fühlst du dich wie zu Hause als Bodybuilder-Liebhaber, Kraftsport-Liebhaber, als Person, die körperlich, körperlich, mental, stetig die Bestform erreichen möchte. Da bist du einfach zu Hause. Richtig schönes Gym. Geil war es, am einen Tag Beine, am nächsten Tag Oberkörper trainiert. Wir waren essen nach dem Wettkampf. Also erstmal noch kurz zum Training. Ich wollte gar nicht aufhören. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich war in so einem krassen, energetischen High und erfüllt und dankbar und ja, konnte irgendwie alles nicht ganz fassen, dass es alles so schnell geht und jetzt der Wettkampf, der letzte Wettkampf der Saison schon vorbei ist und ich dachte mir, oh Gott, ich will einfach nur Bodybuilding machen, Leute. Ich bin da so aufgegangen in diesem Gym und dachte mir, ich bin doch einfach ein Mädel, die einfach Bodybuilding machen will und das seit so vielen Jahren und irgendwie hat mir das einfach nochmal für mich selbst die Bestätigung gegeben und man, ich will einfach das machen, wo mein Herz so arg schlägt und das ist Tag ein, Tag aus Bodybuilderin sein, weil Bodybuilding für mich viel, viel mehr ist, wie in ein Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren und deine Mahlzeiten regelmäßig zuzubereiten, sondern sich um deinen Körper zu kümmern. Bodybuilding ist für mich Selbstrespekt, Bodybuilding ist für mich, ehrlich gesagt, einfach eine Lebenskunst, das ist eine Lebenseinstellung und ehrlich gesagt, so dieses Bodybuilding ist ja ein Begriff, da ist es sehr auf den Körper bezogen. Wir wissen alle, die hier gerade zuhören, du kannst nicht deinen Körper nur Bodybuilding-mäßig kreieren und verändern. Es hängt zusammen, Körper, Geist, Seele, das ist eins. Nur wenn alle drei zusammenspielen und im Einklang sind, kannst du dein krassestes Bodybuilding-Level erreichen und ich sage immer Body-and-Mind-Building und das ist eine Lebenskunst, eine Lebenseinstellung für mich und ich will einfach nur meinem riesen schlagenden, brennenden Herz da nachgehen und das habe ich so arg gefühlt in diesem Training, in dieser Kraftstation in Köln, es war so schön. Ach, ich dachte mir einfach nur so, ja, das ist eine Droge gerade, wie so eine Droge, wenn andere sich wirklich Drogen reinhauen. Ich dachte mir so, warum haut ihr euch Drogen rein? So, sei doch einfach deine eigene Droge und tu das, was du liebst und dann fühlst du dich jeden Tag wie auf einer Droge. So, weißt du, das war irgendwie so für mich mal wieder so eine krasse Erkenntnis, so eine Selbsterkenntnis, was ganz wertvoll war. Nun ja, wir waren nach dem Wettkampf in Köln Essen, Leute. Das ist auch ein Highlight, das muss ich natürlich berichten, denn alle, die mich kennen und die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, ja, mein zweiter Vorname ist ungefähr Disziplin, Konsequenz, irgendwie sowas und ich brauche jetzt auch nicht ständig irgendwie so ein Abseitsessen. Warum? Weil ich da einfach sehr performanceorientiert drauf bin und meinem Körper am allerliebsten das gebe, was er auch mag, was er feiert, was er gut findet und wenn ich Gutes reingebe, dann kommt halt auch Gutes raus und ich bin einfach ein Fan von den Lebensmitteln und Nährstoffen, die unseren menschlichen Körpern gut tun, die meinen Körper gut verarbeiten, transportieren und vertragen kann und dann kann ich auch entsprechend geile Outcomes, Leistungen, Performances erwarten und deswegen bin ich halt einfach nicht die Person, die jederzeit ständig irgendwie gerne irgendwie Burger, Pizza, dies, das, Ananas, Essen braucht, weil ich diesen Lebensmitteln und oft sehr verarbeiteten oder Speisen einfach oft nicht so viel Gutes abverlangen kann, einen großen Gesundheitswert habe und eben da beim Punkto Ernährung, also ich will mir Gutes geben, dann kann ich auch Gutes raus erwarten in jeder Hinsicht und zudem kommt, mir schmecken diese guten Sachen einfach viel besser wie irgendein verarbeiteter Scheiß, Punkt, fertig, aus. Ich meine, dann kann ich drei Tage nicht aufs Klo, meine Haut ist schlecht, meine Pickel kommen raus, der Körper meldet sich mit 12.000 Signalen und sagt, Mädel, das Zeug, was du dir da gerade reinknallst, ist einfach nicht gut und meine Trainings sind auch nicht so wirklich geil, dann also entscheide ich mich dazu, so ein bisschen bewusst, schon auswärts dann auch mir was zu gönnen. Da komme ich jetzt auch gleich dazu. Ich entscheide mich halt schon immer bewusst für gewisse Sachen wie entweder ein geiles Fleischlokal-Steak mit einer Ofenkartoffel, mit Gemüse, gegrilltes Fleisch, Gemüse, eine gute Kohlenhydratquelle, Reis, Kartoffeln, Nudeln, irgendetwas, wo ich, ja, weiß, da ist jetzt nicht so mega triefende Transferzeuger und Soßen und Scheiß dran. Also da habe ich einfach auch viel mehr Bock drauf, da habe ich viel mehr Verlangen nach. Oder eben Sushi. Ich liebe Sushi. Bin da auch nicht so der Mega-Fan, ich esse schon mal ein Frittiertes, ich esse schon mal eins mit einer krassen Mayo obendrauf, nur da brauche ich dann nicht so viel von. Da snacke ich ein Stück und denke mir dann so, boah, ja, krass. Boah, aber viel könnte ich davon nicht, weil es liegt mir mega krass im Magen und das merke ich einfach dann gleich so. Und naja, also waren wir bei einem japanischen Grill, Okini oder so. Das ist so, wo du mit so iPads bestellen kannst und kannst dir halt so rundentechnisch so Sushi und so kleine Schälchen, gegrilltes Fleisch, feischgegrilltes Gemüse, Reis mit Eiern, also so japanisch halt. Also da war halt einfach viel Variation mit dabei. Buntes, frisches Grill, Sushi. Ich hatte alles, wo ich irgendwie so in dem Moment richtig Bock drauf hatte. Ja, da ging es hin und da haben wir uns schon ordentlich, lange haben wir es uns gut gehen lassen und ich war ehrlich gesagt begeistert, was ich alles reingebracht habe in mein kleines, klein gewordenen Magen und habe da einfach auch, muss ich ganz arg nochmal hervorheben, die Zeit mit den Menschen, wo ich dort war, am allermeisten genossen. Mir geht es generell beim Auswärtsessen nie um das Essen. Klar, wenn ich mit mir alleine ein Date machen würde, was ich auch empfehlen kann, dann schon, dann geht es mir schon um das Essen an sich, was ich mir da auswähle, mit allen Sinnen bewusst es auch wahrzunehmen. Aber wenn Menschen dabei sind, dann ist mir die Zeit, die Gespräche und das Erlebnis mit den Leuten, die dabei sind, wichtiger als das Essen an sich. Klar, geteilte Freude ist doppelte Freude. Also wenn du seit Monaten, Ewigkeiten, nichts mehr abseits vom Plan so gegessen hast, ist das selbstverständlich ein Highlight, keine Frage. Und das dann zu teilen mit Menschen, die einem richtig gut tun, die mir Energie geben und mit denen ich gerne bin, war wunderschön. Das war das Allerschönste an diesem abendlichen Dinner in Köln. Die Feelings nach dem Wettkampf. Ich hatte es, glaube ich, gerade schon so ein bisschen beschrieben. Also im Gym habe ich gerade beschrieben. Aber ich kann dir eins sagen, beim Essen, da waren wir ja noch gar nicht im Gym. Das war ja noch am Tag davor, also am Wettkampftag selber. Die Feelings nach der Bühne, nach dem Wettkampf. Wir waren da auf dieser Expo, wir sind da rumgelaufen. Kommt alles in dem YouTube-Video, deswegen gehe ich gar nicht so nah darauf ein. Aber das war alles, das ging so schnell. Mir ging es, um ehrlich zu sein, zu schnell. Also mein Kopf hat es nicht geschafft, mein Geist hat es nicht geschafft. Das, was dort für mich in der kurzen Zeit an einem Tag in wenigen Stunden passiert ist, die Show, alles, zack, bumm, ich konnte es nicht alles nicht verarbeiten und auch nicht ganz fassen, was da gerade eigentlich alles passiert ist an dem Tag, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. und so bin ich froh, dass ich heute mal mit ein paar Tagen Abstand dich mal abholen kann, weil ich will an der Stelle auch sagen, ich glaube wahrscheinlich jeder, der, du auch für dich selbst, wenn du jetzt keine Wettkampfe machst, aber trotzdem athletisch dich verhältst, wie ein Athlet, wie ein, einfach diesen Lifestyle feierst, ja, du kannst übrigens auch ein Athlet sein, auch wenn du nicht auf eine Bühne gehst, du solltest sogar mental einer sein, wenn du so aussehen möchtest und den Lifestyle so leben möchtest, wie einer, muss dafür gar nicht auf eine Bühne gehen, das mal ganz kurz als Randnotiz für dich, das ist total hilfreich. Was ich damit sagen will, ist, du kennst es bestimmt, wenn du, wenn einfach gerade so viel Anspannung, so eine krasse intensive Phase, das trifft es am allerbesten ist, dass du funktionierst halt sehr in den Rollen und dieses Funktionieren bringt uns so weit und auf der gleichen Seite ist dieses Funktionieren auch manchmal dann einfach, dass du, aber halt mit, ehrlich gesagt, meine Seele, meine Seele, und mein Bewusstsein ist dann, kommt dann der Geschwindigkeit, die so läuft, in der du, in der ich funktioniert habe, nicht ganz hinterher und deshalb, wenn du solche Phasen hast, ich finde das immer ganz wertvoll, weil, wenn wir uns bewusst machen, wie wichtig das ist, dass das auch eine Zeit lang geht, mit, keine Ahnung, wie bei Prüfungsstress, wie bei lebensverändernden Situationen, so bei allem Möglichen, was halt intensiv ist für dich, ja, im Leben, egal in welcher Lebenssäule, ist ja super schnell, geht das immer alles in Ordnung, eine gewisse Zeit lang, diese intensive Phase und dann ist aber auch wirklich wieder wichtig, wenn du dir dann bewusst machst, dass wieder eine ruhigere, erholendere, entschleunigerende Phase im Leben kommen darf, das muss ich mir immer ganz groß sagen, das fällt mir auch nicht einfach, denn erst dann können wir das Ganze, was passiert ist, wie es passiert ist, also ich für meinen Teil, kann das erst dann so richtig fassen, verstehen, realisieren, verarbeiten, reflektieren und meine ganz arg wichtigen Schlussfolgerungen, eigenen Fazits, Erkenntnisse und Learnings draus ziehen. Ja, also die Feelings nach dem Wettkampf, die waren so crazy durchmischt, es war wieder auch wie eine Droge, trifft es am allerbesten, ehrlich gesagt. Alles war mit dabei, jede der Emotionen, die ein Mensch haben kann, waren mit dabei und manchmal ist es dann so, dass ich mir denke, bitte, bitte, lass einfach gerade die Zeit stehen, weil ich komme nicht hinterher und wenn das ist, dann wirklich ganz arg Randnotiz, das machen für dich selbst, dann nimm dir sobald als möglich, sobald als möglich, asap, as soon as possible, eine entschleunigernde Ruhephase für dich, du weißt am allerbesten, was dich in Ruhe bringt, nimm dich mal raus aus diesem schnellen, intensiven dann und ganz arg wichtig, damit du wieder voll in deiner Kraft bist, alles was passiert ist, eben wie gerade wichtig für dich verarbeiten konntest, deine Schlüsse daraus gezogen hast, dich ausrichten kannst für die Zukunft, ja, um nämlich dann auch wieder Vollgas weiterzumachen, weil das war ja Vollgas, was da lief und dann meint zwar so ein Rennpferd, wie ich auch immer, die gut auf dem Gaspedal sind, wir können mit Vollgas weitergaloppieren und wenn halt nicht in der sportlichen Rolle, dann halt in der unternehmerischen Rolle, oder so und da erwische ich mich ja auch immer wieder, einfach da achtsam sein, achtsam sein ist das Stichwort und euch auch erlauben, mal euch zu erholen, in Ruhe zu üben und dir, dem ganzen System, mir, dem Körper, allen, was dazu gehört, was zurückzugeben. Das habe ich mir da auch schon dann fest vorgenommen und ich sitze gerade hier bei der Aufnahme am dritten Tag, wo ich mich bewusst aus eigenen Stücken dazu entschieden habe, eine viertägige, mindestens viertägige, komplette Gympause zu machen und dem Körper einfach nur Erholung zu schenken und ich bin stolz, dass ich das geschafft habe, weil das sind Sachen, die habe ich früher nie gemacht, das hätte die Johanny selbst vor einer Woche noch nicht bewusst gewollt gemacht und ich mache es, es fällt mir nicht einfach, es ist raus aus der Komfortzone, aber ich will all das, was ich in der Vergangenheit für mich als Learning verzeichne, will ich jetzt anders machen und ich will wachsen, das ist Entwicklung, raus aus der Komfortzone, Veränderung, angehen, umsetzen, auch wenn es nicht einfach fällt. Fazit zum Wettkampf in Amsterdam beziehungsweise zu meiner ganzen dritten Profisaison besser gesagt. Lass dich vielleicht da mit einmal reinkommen, mit den Erwartungen, in denen ich in der Saison gestartet bin. Ich wollte meine Bestform, meine persönliche beste Version, die ich sein kann, körperlich, als Bodybuilderin von meiner Form und genauso auch als menschliches Individuum mit meiner Ausstrahlung, mit Johanny, mit Joy, mit Vibe, den ich habe, mit meiner einzigartigen Ausstrahlung, weil ich als Mensch, mich gibt es nur einmal, das wollte ich auf die größten internationalen Bodybuilding-Bühnen der Welt bringen. Ich wollte mit Leichtigkeit befreit, beflügelt, als Feder auf die Bühne laufen. Ich wollte strahlen, ich wollte das, was ich für diesen Sport, der für mich eben mehr wie ein Sport ist, das, was ich für diese Lebensart und Einstellung, für diese Lebenskunst fühle, was ich von tiefem Herzen fühle und was für ein Riesenteil meiner selbst das für mich ausmacht in mir, das wollte ich, so wie ich es im Inneren habe, nach außen transportieren und das wollte ich auf diese große Bühne bringen und meine, ich kann euch sagen, ich wollte unbedingt auch einfach endlich schaffen, befreit, ohne Riesenangst, ohne Riesendruck, ohne Riesensorge auf eine Bühne raufzulaufen, weil es war so außer Komfortzone und ich wollte das mit Spaß, mit Joy, mit Leichtigkeit, mit Befreitheit, mit voller Kraft und Größe, mit vollem Selbstbewusstsein, was ich mir über die Jahre erarbeitet habe, mit meinem Next Level wollte ich das da raufbringen und das waren meine Erwartungen. Meine körperliche Entwicklung nach der Saison 2023 macht mich unglaublich stolz, weil ich weiß für mich, was ich mir zurückerarbeiten durfte nach meiner Verletzung. Ich weiß für mich, dass 2023 mein Comeback war und lediglich eine Zwischenstufe, eine Etappe, stell dir eine Treppe vor, es war eine Stufe, die wichtig ist und essentiell ist, wenn ich diese Stufe nämlich übersteige, könnte es passieren, dass ich es nicht schaffe und wieder runterfalle. Also war wichtig, das Comeback, die Etappe zur nächsten Stufe. Und die Treppe, die ich gerade beschreibe, ist die Treppe des absoluten größten Erfolgs, den ich haben kann, in all meinen Rollen. Es gibt in meinen Augen keine Abkürzung, es gibt einfach immer Stufe für Stufe. Und meine körperliche Entwicklung nach der Saison 2023 macht mich so stolz, weil ich meine Bestform auf die Bühne gebracht habe, körperlich, mental, ganzheitlich, als Athletin mit allem, was ich habe, mit jeglicher Ausstrahlung, mit dem Gesamtpaket, was ich hochgebracht habe. Körperlich kann ich nochmal darauf eingehen und sagen, ich habe geschafft, meine Rückseite so frei zu sehen, wie noch nie zuvor. So eine Konditionierung an den Tag zu legen, so in Form zu sein, Achtung, nicht nur im Oberkörper, sondern auch im Unterkörper, auch in der Rückseite und endlich zu sehen, wie mein Popomuskel aussieht. Achtung, jetzt kommt es und mich auch im Vergleich zu Top Bikini Mädels, der Weltklasse, teilweise ganz vielen Olympia Girls, mit denen da oben zu stehen und zu sehen, wie sehe ich denn im Vergleich zu den Mädels aus. Und zu sehen, crazy, du bist im Vergleich zu den anderen Mädels, wieder cool, eine einzigartige Erscheinung, warum? Warum? Weil du an sich die vermutlich muskulär leichteste und schmalste warst. Und Leute, da habe ich gleich nach dem ersten Wettkampf gesehen, alter Schwede, okay, jetzt sehe ich endlich mal meine Rückseite frei und ich sehe auch, ja, da ist schon ein Popomuskel, ich sehe den, aber der ist echt klein und was heißt klein? Das ist relativ, aber im Vergleich zu anderen Weltklasse, Elite, Mädels, ist er zu klein. It is like it is. Hat wehgetan, kurz mal, das so wahrzunehmen danach, Bilder zu sehen und zu denken, shit, da fehlt echt Muskulatur, crazy. Und auf der gleichen Seite war so in mir drin ein Riesenfeuer in mir. Es hat gejuckt unter den Fingernägeln und ich dachte mir, Moment mal, das ist ein Fazit, was ich als Mädel die Bodybuilding als Faszination mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft und Liebe jeden Tag, einen Tag auslebt, atmet und einfach ein Mädel ist, was nicht viel braucht, außer ihren Lebensstil, was ein ganz großer Teil in mir ist, ihren eigenen Weg weiterzugehen. Wenn du ihr sagst, Mädel, du hast einfach zu wenig Muskeln, baue jetzt mal Muskeln auf und mach mal weiter, so wie du bisher weitergemacht hast, kontinuierlich, Consistency, dann ist es doch einfach nur richtig, richtig geil zu sehen. ich habe mein Potenzial nicht ausgeschöpft, da ist richtig viel, was da noch schlummert und ich darf einfach weiter nur das machen, was ich liebe, jeden Tag, Bodybuilding. Ich darf einfach weiter ein Mädel sein, die Bodybuilding liebt und darf jetzt weiter an mir arbeiten, mich stetig weiterentwickeln, noch besser werden, dazulernen, jeden Tag, das Streben, in jeder Hinsicht, mental, körperlich, mit allem, was ich habe, die beste Version meiner selbst zu sein und wieder in eine neue Phase zu kommen und dann wieder natürlich eine Prep zu machen, auf eine Bühne zu gucken und zu gucken, was ich dann in einem Aufbau kreieren durfte und mein Potenzial rausholen, weil es noch nicht, es ist, ich habe noch nicht mein ganzes Potenzial rausgeholt und das ist so dann so schön gewesen, das für mich zu sehen, auch wenn es kurz wehgetan hat, oh Mann, mir fehlt richtig an Muskulatur, um da bei den anderen Mädels irgendwie ansatzweise mitzuspielen, dass ich mir, okay, gleichzeitig ist es doch mega geil, du darfst einfach jetzt weiter Bodybuilding machen. Meine Baustellen, meine Baustellen, nennen wir es einfach mal das, was in der Bikini-Profi-Klasse am meisten gebraucht wird, der Glutmuskel, der darf einfach gesamtheitlich größer werden. Ich habe einen schönen, geformten Glutmuskel, der hat auch schöne Tie-Ins, der zieht sich schon schön lang runter tatsächlich, aber es ist einfach vom Fleisch, es ist zu wenig, zu wenig plastisch, okay, plastisch trifft es am besten, denn Plastizität und das Optische, der runde, voluminöse, schön geformte Glutmuskel ist ganz wichtig und der war bei mir ehrlich gesagt wie so ein flaches Ding, so, ja, in der Frontpose nicht da gigantisch gut und also fand, war auch so das Feedback und mega und die Frontpose ist genial und da ist auch mein Glut genügend, ja, da ist es total freaky, wenn man sich das vor Augen führt, in der Frontpose ist es eigentlich genügend, aber in der Backpose ist einfach zu wenig Fleisch, Gluteusfleisch da und das sind so die größten Baustellen, ein bisschen kriege ich, kann ich noch an der Schulter ranbekommen, aber wirklich mehr ist es der Glut und ich möchte aber auch genauso noch, habe ich auch gesehen, also die gehen ja schon sehr auch auf die Muskeln jetzt, was ich schon geil finde, ich liebe ja Krafttraining und ich liebe es Muskeln zu haben und diesen Lifestyle, wie gerade schon gesagt, deswegen will ich auch ein bisschen mehr noch am Quad wieder ranbekommen, also Quadrezeps, Beuger, Abduktor oben, der Upper Glut, das ist einfach auch oben runter wirkt, das sind so die größten Baustellen, denn ansonsten meine Linie, meine Symmetrie, meine Körpermitte, meine Konditionierung, genauso auch meine Ausstrahlung, mein Walk, mein Gesamtpaket, da fehlt es an nichts, aber eben meine Baustellen sind jetzt die fehlende Muskulatur. Qualität ist da, Muskelqualität ist da, weil ich halt das Ganze schon seit so vielen Jahren mache, an der Stelle auch, das kommt auch erst über so viele Jahre, ja, also bleib einfach dran, Consistency, 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 lieb was du tust, hab Freude dran und du wirst irgendwann, du kannst gar nicht verhindern, dass du stetig besser wirst. So, na klar, lerne dazu, bilde dich weiter, sei selbstkritisch, hinterfrage, hinterfrage auch dein Training, deine Trainingsmethoden, entwickle dich einfach stetig weiter, arbeite mit guten Coaches und Leuten zusammen und dann kannst du nicht verhindern, dass du besser wirst, in meinen Augen. Klar, ich kann natürlich auch weiter mein Posing verbessern, das weiß ich auch, ich kann da noch besser werden und das möchte ich selbstverständlich auch, das werde ich auch beim nächsten Mal, ich werde immer ein Level abbringen und das ist, das ist mein eigener Anspruch an mich, ganz klar und daran werde ich jetzt arbeiten. Also, mein Plan für die Zukunft jetzt, wie gehe ich denn die Baustellen an? Ich habe viel getüftelt, auch wenn ich im Kopf dann natürlich sehr in meinen funktionierenden Rollen war die letzten Wochen, habe trotzdem schon getüftelt, wie es danach weitergehen wird und mir schon meine Gedanken gemacht und der Plan steht, wie gehe ich die Baustellen an? Ich habe sehr stark dann auch mein Training hinterfragt und ja, ganz arg natürlich meine größte Baustelle, ehrlich gesagt, neben den muskulären jetzt körperlich ist so der Punkt Regeneration auch und dass ich vielleicht manchmal einfach noch zu viel gemacht habe und ich halt oft immer noch diesen Leitspruch in mir hatte, viel hilft viel und das halt in meiner Art, wie ich das umgesetzt habe und gelebt habe, mit dem, was ich als Mensch und Charaktereigenschaften so habe, dass ich eben sehr angetrieben bin, gut auf dem Gas, schlechter auf der Bremse, dass ich da vielleicht manchmal einfach zu viel gemacht habe und das meine ich jetzt bezogen auf die einzelnen Wiederholungen der Übung hin zu den Sätzen im Gym, hin zu den Übungen vom Volumen und das vielleicht wirklich viel schlauer strukturieren und angehen kann und steuern kann und auch im Training einfach da super viel Potenzial schlummert. Bei mir bin ich ganz sicher mit einem wirklich konkreten, konkreten, strukturierten Trainingssystem, Trainingsplanung und wie gehe ich das an? Ich hole mir neben meinem Coach Stefan, mit dem ich selbstverständlich weitermache, weil wir das vertrauteste und beste Team ever sind, was diese Konstellation angeht und ich brauche ihn weiter, er weiß ganz genau, für was ich ihn brauche. So suche ich mir die besten Menschen aus, die ich für mich irgendwo da draußen in der Welt finden kann, für die Themen, wo sie auch am besten sind, wo sie wirklich, finde ich, Profis sind, wo sie dafür geboren sind und sauviel Ahnung, Wissen, Erfahrungswert haben und da suche ich mir neben dem Stefan als eine Person, als einen Coach noch einen zweiten Coach aus, der mich beim Punkt Training begleiten wird. und das möchte ich zum heutigen Stand noch offen lassen, weil ich das tatsächlich mit dir einfach dann noch die nächste Zeit teilen möchte und da darfst du dich einfach noch darauf freuen, dass ich da noch jemanden zu mir hole als gewissen Trainings-Personal-Trainer, der nicht physisch ständig bei mir ist, aber mit dem ich da eng zusammen arbeite, um einfach mein Training, meine Trainings- Performance als Profi-Athletin aufs nächste Level zu bringen und diesen Aufbau maximal, maximal mit jedem Register, das da ist, auszuschöpfen. Ich werde auch jegliche Learnings und Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, also Fehler sind Learnings, werde ich für mich jetzt als Learnings auch eben umsetzen. Ich werde vieles anders machen und deshalb bleib unbedingt dabei. Jetzt startet eine neue Ära. meine Ziele für die Zukunft sind, weiter als einfach liebendes Mädel Bodybuilding zu leben, meine Lebenskunst, meine Lebenseinstellung, die sich im Übrigen in jede andere Rolle und in jeden anderen Lebensbereich meines Daseins überträgt. Für mich sind die Kerneigenschaften, die dich als Mensch im Bodybuilding und Athleten- und Leistungssport-Dasein und Profisportler-Dasein erfolgreich machen, eins zu eins auch zu übertragen in andere Lebensbereiche. Was ich damit sagen will ist, wenn du diszipliniert, ehrgeizig, zielstrebig, fleißig an dir arbeitest, wie du im Bodybuilding tust, mental, körperlich, alles, seelisch, dann überträgst du das eins zu eins, weil es deine Person ist, dein Naturell in deine anderen Lebensbereiche und du kannst auch nur in anderen Lebensbereichen, finde ich, davon profitieren. Ich checke immer nicht, wenn Menschen nur in einem wie Bodybuilding erfolgreich sind und es nicht schaffen, diesen Erfolg vom Bodybuilding, was sie da richtig gut können und machen, auf andere Bereiche zu übertragen. Ich checke es nicht, wieso die das nicht schaffen, weil ich finde, das fließt automatisch in die anderen Bereiche rein. Vielleicht einfach für dich auch als Idee, mal selber zu gucken, wie kann ich denn das, was ich im anderen Bereich sehr erfolgreich mache, in meine körperliche Transformation oder auch in meine Traumleben- Transformation übertragen. Das geht immer. Nun ja, das heißt, ich möchte, meine Ziele für die Zukunft sind, jetzt einen maximal erfolgreichen Aufbau zu erleben. Die nächsten Monate, wie lange steht noch in den Sternen? Wir werden jetzt erst mal daran arbeiten an den jeweiligen Baustellen. Es wird sehr spannend. Ich möchte weiter auf den größten Bühnen der Welt stehen, international. Ich möchte das auch noch auf den größten Bühnen der Welt international so lange als möglich tun, als Bodybuilderin, denn ich habe für mich erkannt, dass ich und ich weiß so klar wie noch nie zuvor, Leute, ich weiß heute so klar wie noch nie zuvor, dass ich auf eine Bühne gehöre, dass ich da, wo mein Herz ganz arg für schlägt, dass genau das einfach weiter tun darf und soll und ich da draußen auf die größten Bühnen gehöre mit meinem White, mit allem, was ich habe und den Leuten zeigen darf, wie wunderwunderschön, leicht, spaßig und schön das sein kann, auch diesen extremen, intensiven Bodybuilding- Lebensstil und diese Lebenskunst zu leben und es zu schaffen mit Leichtigkeit und Freude darauf zu laufen, ohne Verbissenheit, ohne ich muss ständig hart sein, ohne ich muss gegen meinen Körper arbeiten, sondern ich bin das beste Team ever mit meinem Körper, wir sind eins und wir sind in Zusammenarbeit Hand in Hand zu den größten High-Performances in der Lage, die man sich vielleicht selbst manchmal nicht schafft zu erträumen oder zu glauben und ich will so hoch kommen damit, wie ich es nur schaffen kann, auf die größten Bühnen der Welt, international, auf ganz viele verschiedene Bühnen, in ganz viele verschiedene Länder, mit ganz vielen verschiedenen wundervollen Menschen und Umfeldern, das möchte ich, denn ich weiß so klar wie noch nie zuvor, ich gehöre dahin auf die Bühne und jetzt kommt noch was, ich weiß so klar wie noch nie zuvor, dass ich einfach mehr Fleisch brauche, mehr Muskeln. und vielleicht gibt mir genau diese Klarheit einen so klaren Auftrag jetzt, dass ich schon so angefeuert in mir bin, dass ich komplett ein ganz anderes Johanna-Dasein erlebe, wenn ich an den Aufbau denke, wenn ich an eine Reverse-Diät aneine, ich werde jetzt mehr, ich nehme jetzt zu, es wird jetzt alles weicher, ich verlasse den Wettkampflug, das hat mir in der Vergangenheit Angst gemacht, ich hatte Respekt davor, es ist mir nicht leicht gefallen und irgendwie spüre ich gerade so eine krass andere Energie für diesen Aufbau und so ein ganz krass anderes Mindset und ein ganz krass anderes Level, weil es ist so ein klarer Auftrag, so eine klare Mission, die ich noch nie hatte. Ich hatte noch nie eine Saison, dass ich so arg danach gesehen habe, Mädel, du brauchst einfach mehr Muskulatur, jetzt go for it, jetzt mach keinen Scheiß, sondern tu einfach genau die richtigen Dinge, die dafür nötig sind, dass du dahin kommst, wo du hingehörst. Wie stehe ich nach meiner dritten Saison zum Wettkampf Bodybuilding, was denke ich drüber? Ich glaube, da habe ich gerade schon sehr viel dazu gesagt, dieses Wettkampf Bodybuilding, glaube ich, viele da draußen leben das ja auch, jeder lebt es in seiner Art. Wettkampf Bodybuilding steht ganz oft unter einem sehr ungesunden harten extremem Stern. Und weißt du was? Bei ganz vielen erlebe ich auch, auch in der Szene, dass es unter einem sehr dunklen Stern steht, beziehungsweise eher so die wenigsten das irgendwie mit so einer Freude, Leichtigkeit und Frische ausleben, sondern ganz viel einfach so dieses Verbissene, ich muss es schnell wie möglich höher, schneller weiter, ich muss gewinnen und Leute, wir sind doch alle Gewinner, wenn wir Bodybuilding seit so vielen Jahren machen und stetig uns weiterentwickeln, oder? Wenn wir nicht so aussehen wie vor fünf Jahren, sind wir doch irgendwie alle Gewinner und machen einiges richtig. Ich habe halt für mich irgendwie ein anderes Gewinner-Mindset wie vielleicht der ein oder andere da draußen, es geht überhaupt gar nicht darum, um Vergleiche, wie es andere leben, ich glaube halt einfach, dass Wettkampf Bodybuilding für jeden, der das macht und für jeden, der vielleicht auch Zuschauer, Zuhörer ist wie du oder irgendwie eine individuelle Definition bekommen kann und was ich fürs Wettkampf Bodybuilding, wie ich das sehe, wie ich das definiere, wie ich das fühle und lebe, das ist genau der wichtige Punkt, das möchte ich nach draußen tragen. Ich habe auch einfach damals, wo ich mich entschieden habe, 2023, das ist noch nicht vorbei, ich habe weder meine eigene beste Version kreiert, da steckt noch mehr Potenzial in mir, das habe ich gespürt, das hat mein Herz mir gesagt und gleichzeitig habe ich für mich die Mission gehabt, ich möchte zeigen, dass Bodybuilding mit viel weniger Verbissenheit, mit mehr Leichtigkeit, Freude und Joy funktionieren kann, dass es sogar viel erfolgreicher so funktionieren kann, das ist für mich eine zusätzliche Mission, wo ich gerne meine Spuren auf dieser Welt in der Wettkampf Bodybuilding-Szene hinterlassen möchte und ich habe natürlich das Glück jetzt, das möchte ich auch an der Stelle sagen, dass ich in der Bikini-Klasse auch für mich bleiben möchte, mich da gefunden habe, ich möchte nicht in eine andere Klasse gehen und ich möchte da bleiben, weil ich auch weiß, dass ich das mit meinen Grundankerwerten, wo ein großer Gesundheitswert dabei ist, sogar auf Profi-Niveau weiter machen kann und eben nicht in einen eigenen Wertekonflikt komme. dass mein Körper auch das mit mir als Team gemeinsam macht, der ist so bereit wie noch nie zuvor mit mir und wir sind das beste Team wie noch nie zuvor und gemeinsam gesund und voller Liebe und Leidenschaft und Leichtigkeit sind wir zu Höchstleistungen imstande und das möchte ich im Wettkampf Bodybuilding, solange ich es so sehr noch fühle und mein Herz so sehr dafür noch brennt, möchte ich es ausleben und nach außen tragen und an der Stelle freue ich mich riesig, wenn du da weiter mit dabei bist. Die Menschen, die mich begleitet haben, sind für mich Erfolgsfaktoren. Ohne diesen Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich kann als einzelne Person sehr stark sein und ganz viel erreichen. Aber allein schon aus der Steinzeit und Evolution evolutionär bedingt wissen wir, wir Menschen sind Herdentiere, wir sind Rudeltiere und wir können alleine sehr gut überleben in der heutigen Zeit noch besser wie in der Steinzeit. Aber gemeinsam mit den richtigen Menschen in Verbindungen, Beziehungen, in Zusammenarbeiten sind wir Menschen zu dem vermeintlich Unmöglichen in der Lage und können alles möglich machen. Und zwar meine ich das auf so Gutes, Mögliches, was teilweise für manche im Rahmen des Unmöglichen ist. Wir können alles möglich machen, was Positives und Gutes angeht und wir können so Schlimmes und Negatives bewirken wie nur möglich, wenn wir auch alle zusammenarbeiten. Das sehen wir, ich möchte nicht näher darauf eingehen, an der ganzen Scheiße in dieser Welt. Denn glaubt mir eins, ich bin ein Mensch, der viel Joy nach außen trägt. Aber ich habe nicht immer mein Leben lang die rosa-rote Brille auf und ich sehe ganz, ganz, ganz glasklar, was ist in dieser Welt passiert. Soll ich euch mal was sagen? Wir Menschen sind dafür verantwortlich. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist ein kleiner, kurzer Exkurs, was mir einfach ganz wichtig ist. Wir Menschen sind dafür verantwortlich, für alles Gute in dieser Welt und für jede negative, noch so widerliche Scheiße, Kriege, sonstigen Quatsch sind wir auch verantwortlich. Und wenn diese Menschen das endlich jeder für sich mal raffen würde und reflektiert wäre und mit sich selbst glücklich und zufrieden und nicht krank im Kopf, dann würden wir es auch schaffen können, nicht mehr so viel Scheiße in dieser Welt zu haben. Jetzt komme ich zurück auf den eigentlichen Punkt, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mein Circle und Stefan Kienzel, Boss, mit dem ich mittlerweile seit vier Jahren zusammenarbeite, der mit mir Aufs und Abs und alles durch hat und wir kennen uns so gut und er weiß genau, wie ich ihn brauche, er weiß genau, wie ich ihn brauche. Ja, ich brauche ihn einzigartig, vielleicht auf andere Art und Weise wie der Großteil der Athleten, aber in der Art ist Stefan mein Mann, mein Coach Mann, den ich brauche und ich bin ihm wahnsinnig dankbar, was wir gemeinsam geschafft haben. Tim, Tim ist Teammitglied seit mittlerweile schon vielen Jahren, Videograf, ein Cutter, auch ein Freund, kann mit ihm auch privat sehr viel reden, auch Vorbild und Inspiration in vieler Hinsicht, krasser Unternehmer, einfach ein geiler Typ. Lassen wir es einfach so stehen. Natürlich gehören dazu noch ganz viele andere Menschen, die ich unter jetzt einfach den Titel andere Athletinnen auf der Bühne, aber auch abseits von der Bühne mit reinnehmen möchte. Menschen aus diesem Bodybuilding, die auch entweder Athletinnen sind, alle Bikini-Athletinnen, die ich dort getroffen habe, Menschen, die aber auch einfach Bodybuilding lieben und leben, die dort hingefahren sind, die ich getroffen habe, die einfach das Feiern, dieses Bodybuilding, dieses Lifestyle und dort einfach zum Supporten vor Ort waren, die ich getroffen habe, die mich im Gym angesprochen haben, auch Athleten, die ich vielleicht vorher noch nicht kannte, Menschen, die ich noch nicht kannte, beispielsweise auch eine Andrea Breihof, mein lieber Andrea, mit ihr, ich habe damals in Amsterdam 2019 den Profititel gewonnen, vor ihr, sie ist Zweiter geworden und wir haben seitdem noch Verbindung, also einfach nur an der Stelle, sie hätte mich damals auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie für hassen können, weil sie nicht Profi geworden ist, sondern ich und keine Ahnung, hätte irgendwie, was weiß ich, mich nicht mögen können, so und wir sind seitdem in Verbindung und supporten uns, was das Zeug hält. und ich will einfach sagen, dieses Game, da verstehen die Leute, die das wirklich mit gesundem Menschenverstand machen und mit Liebe und Leidenschaft, dass jeder Mensch da drin doch irgendwo nach demgleichen strebt und es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Es ist verdammt nochmal ein Miteinander. Hört auf, euch mit anderen irgendwie zu vergleichen, was euch negativ runterzieht. Seht gerne andere als Inspiration und tauscht euch mit den richtigen Leuten auf, mit Leuten, die vielleicht da sind, besser sind, wo ihr vielleicht gerade eure Baustelle habt. Holt euch die dazu, fragt die Leute, ja, holt euch den Support, keine Frage, aber nicht gegeneinander arbeiten, miteinander. Supportet euch. Nicht die anderen runterdrücken, damit ihr euch raufdrückt, sondern andere genauso hoch, größer machen, okay? Das macht uns alle größer. Das wünsche ich mir für die ganze Bodybuilding-Szene und um gerne ehrlich zu sein, ich wünsche mir das für die ganze Welt in jeder Hinsicht. Also waren auch eben Menschen, die mich begleitet haben vor Ort da und ich weiß, ich kann da jetzt nicht jeden aufzählen, weil das sind zu viele, okay, Leute, aber danke, danke, danke. Natürlich auch, Achtung, ihr da draußen, Community, alle, die diese Podcasts hören, die YouTube-Videos, Instagram, Mann, Leute, ihr gebt mir so viel Kraft, dass ihr überhaupt da auch Interesse zeigt an diesen Wegen, an dem, was ich da tue, heute diese Folge anhört. Danke, Mann, danke. Meine Coaches, meine Klientinnen, die so arg immer mit dabei sind für mich, die teilweise viel mehr sind wie irgendwie Klientinnen, die ich betreue. Es ist, wir sind ein Team, wir sind ein Team. Ich bin euch so dankbar, ich meine es ganz ernst, allen da draußen. Und da werde ich einfach schon richtig emotional, weil ich komme zu den Menschen auch aus, also Menschen, die vielleicht gar nicht irgendwie physisch in den letzten Wochen und Monaten viel Zeit mit mir hatten, weil sie eben darauf verzichten, mit mir Zeit zu verbringen. Das ist das eine. Weil sie mich einfach mein Ding machen lassen und einfach Johanna sein lassen. Denen bin ich auch sehr dankbar. Und dazu gehört, meine Familie, wahrscheinlich werden die wenigsten den Podcast anhören. Aber wenn es irgendjemand hört von meiner Familie, dann danke, dass ihr mich danke, dass ihr mich einfach Johanna sein lasst und mich mein Ding machen lasst und mich meinen Weg gehen lasst. Auch wenn es ein ganz anderer Weg ist, wie dem, den ihr für euch selbst geht. Aber dass ihr mich einfach machen lasst und auch darauf verzichtet, eure Johanna viel bei euch zu haben. Und ihr seid viel mehr, viel öfter bei mir im Herzen, wie ihr wie ihr wie ihr wahrscheinlich wisst oder wie ihr für euch vermutet. Meine Familie ist ein ganz großer Wert von mir und dies kann ich sagen, hier drin, auch wenn ich eben sehr viel mein eigenes Ding mache und meinen eigenen Weg gehe. Mir bedeutet es sehr viel, dass ihr mich einfach machen lasst und jedes Mal, wenn ihr mich seht oder wenn wir in Kontakt sind, und mich auch nicht irgendwie dafür, ich muss mich nicht mehr so großartig rechtfertigen, wie das in der Vergangenheit manchmal der Fall war und jedoch ein bisschen Akzeptanz und Verständnis aufgebracht habt in den letzten Jahren und teilweise sogar nachfragt und irgendwie seht, dass eure Johanna das macht, weil sie da sehr, 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 sehr viel Leidenschaft und Liebe verspürt. Also an der Stelle an meine Familie und zu meiner Familie gehören auch zwei Freundinnen, denen ich auch ganz wenig Zeit gegeben habe. Danke, dass ihr diese Akzeptanz habt und mich trotzdem liebt, so wie ich bin und vor allem so wie ich mich weiterentwickele. So, ich will jetzt nicht so lange hier rumheulen. Ganz am Ende der bedeutendste Mensch, der mich begleitet hat, ist und der mich jeden Tag begleitet und ohne den ich niemals heute hier sitzen würde. Boah, Leute, sorry. Der Mensch, ohne den ich niemals heute hier so sitzen würde, wie ich da sitze, das ist Lukas. Lukas ist für mich, ich weiß gar nicht, was ich sagen, wie ich es beschreiben soll, er ist so viel für mich, er ist so viel für mich, er ist alles und neben dem größten Teil von mir selbst, ist Lukas der größte Teil von mir und ich bin so dankbar, dass er mit mir diesen Weg geht, diese Reise seit so vielen Jahren und auf mich aufpasst, mich beschützt, mich unterstützt, mich an den richtigen Stellen in die Achtsamkeit bringt und die nötige Bremse einlegt, wenn ich sie nicht finde und mich dabei unterstützt die beste Version meiner selbst zu sein. Denn das Versprechen haben wir uns gegeben, Lukas und ich, wir waren uns gegenseitig zu den besten Menschen, die wir sein können, jeder für sich, ich, ihn und er mich. Danke, Babe. Du hast es mehr, mehr als ich mir das je hätte wünschen können, geschafft in dieser Wettkampfsaison und in allen anderen Konstellationen und Schritten, wo wir zueinander stehen und ich weiß auch, wie sehr ich dir manchmal auch fehle, weil ich einfach sehr in meinen Rollen eingebunden bin und ich weiß es einfach sehr zu schätzen und ich weiß, dass andere Phasen kommen werden wieder und ich bin so dankbar, dass du die Reise mit mir gehst und mich so als Johanni annimmst, wie ich bin und mir zu meiner besten Version meiner selbst verhilfst. Die nächsten Schritte, Leute, ich freue mich am allermeisten. Soll ich euch was sagen? Jeden Tag, auf jeden Tag freue ich mich. Es gibt nicht eine Sache, auf die ich mich am allermeisten freue, weil es ist der Prozess und der Weg und die Journey. Ich kenne jetzt wieder mein Ziel, das war wie in der Prep auch, ich kenne mein Ziel, aber ich lebe den Weg und dieses ganz wertvolle Motto werde ich genauso in der kommenden Phase und in dem neuen Lebensabschnitt mitnehmen. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, es ist eine neue Ära und so geht es jetzt weiter. Ich werde jeden Tag alles dafür tun, besser zu werden, dazu zu lernen, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, ihn zu pflegen, ihn zu hegen und als bestes Team ever mit meinem Körper und mit den besten Menschen um mich herum in meinem Support-System, in meinem Zirkel auf das nächste Level zu kommen. The best is yet to come, Leute. Und ich meine das ganz ernst, ich freue mich verdammt nochmal auf jeden einzelnen Tag so sehr und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei seid. Sorry, man, am Ende jetzt, ich musste echt viel rum. ich war sehr emotional und es ist einfach rausgekommen und ich wünsche mir, dass ihr trotzdem weiter Teil jetzt dieser Journey seid und vielleicht gerade auch noch mit zuhört, an der Stelle wirklich ein riesen Danke, man. Jetzt habe ich Trainingspause gemacht, meinen Körper belohnt mit Ruhe und Erholung und ich werde das auch noch ein bisschen machen, bevor es jetzt dann nämlich weitergeht in ein Trainingslager mit meinem vollen, ganz kurz angeteaserten neuen 1 zu 1 Personal Coach, was das Riesengebiet Training angeht. Also ihr könnt euch vorstellen, ich werde da jetzt so krass viel wieder dazu lernen. Für euch auch einen geilen Content, der auf euch zukommt. Geile Learnings, geile Sachen, die ich vermutlich in den vergangenen Wochen, Monaten vielleicht falsch gemacht habe, was einfach nicht falsch war. Es waren Learnings, okay, die ich anders machen werde. Es wird super spannend. Also für euch, bleibt einfach dabei und lasst uns gerne gemeinsam, lasst uns gemeinsam die beste Version von uns selbst werden. Dazu gehört Traumkörper, Traummindset, Traumleben und dann können wir Menschen als einzelne Individuen gemeinsam, wenn wir alle an diesen Punkten angekommen sind, bin ich ganz davon überzeugt, die Welt zu einem besseren Planeten machen und die Welt besser hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Ich habe eine große Vision, die geht weit größer und höher und weiter als meine beste körperliche Version zu bringen auf dieser Welt, in meinem Leben. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, ich freue mich, wenn du mit dabei bist und danke, dass du Teil der Reise bist. bis zum nächsten Mal. Lass gerne Liebe da, teil die Folge, wenn es dir gefallen hat, wenn du was für dich daraus mitnehmen kannst. Lass mir Feedback per Nachricht zukommen, ich freue mich sehr drüber. Lass einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.